Ja, blankes Entsetzen. Ich habe mir ganz viel Material, Sendungen über die Demo angeschaut und die Demo läuft ja noch weiter. Gerade läuft der Livestream über die Sonntagsdemo. Aber ja, also es ist entsetzlich. Ja, also gut, wir haben wohl keine Chance. Also gegen die mangelnde Intelligenz und Dummheit der Massen ist wahrscheinlich am Ende kein Kraut gewachsen. Attila Hildmann wurde wieder verhaftet und so weiter. Das sind die Tagesthemen. Ja, und die Kurznachrichten und die Kommentare kommen nachher. Aber erst einmal ganz kurz. Also eigentlich dieses Bild, glaube ich, passt sehr gut zu dem, was da gestern passiert ist. Ja, also verrückte Extremisten von rechts und vielleicht auch von links, revolutionäre Waffenträumer. Nach, die werde ich gleich noch erzählen, oder ich erzähle es jetzt schon mal ganz kurz. Da haben wirklich Verrückte, weiß ich nicht, ob es rechtskriminelle Verfassungsfeinde oder linkskriminelle Verfassungsfeinde waren, wirklich sozusagen noch die drei letzten Polizisten bedrängt, die den Eingang zum Reichstag verteidigt haben, sozusagen. Es ist unglaublich. Ja, was für ein Wahnsinn tobt da. Ja, sozusagen. Was ist da passiert, wo es doch so viel Vernünftiges gibt? Wo ist der vernünftige Level eines Professor Bakhti, eines Dr. Wolfgang Wodaks, eines linken SPDlers und der Next Scientist for Future, die, wenn sie beschimpft werden, dann als eher SPD und Grüne beschimpft werden. Wo ist die Vernunft? Ja, warum hat man nicht sozusagen alle diese Extremisten, diese Reichsbürger und andere weltfremde, sich total irrende Menschen niedrigen Bildungsgrade, warum hat man die nicht herzlichst ausgeladen und hat die dann, wenn die doch versucht hätten, in die Demo einzudringen, warum hat man die dann nicht rausgeschrien, sozusagen. Sie sagen, ihr seid ausgeladen, ihr seid hier unerwünscht und so weiter. Warum hat man das nicht gemacht? Jetzt stellt das gesamte Medienbild, stellt eigentlich dar, dass da lauter Verrückte demonstriert haben und extremistische Verfassungsfeinde, kriminelle Verfassungsfeinde da wesentlich am Werk waren. Das ist das, was das gesamte Berichtsbild ergibt. Auch wie kann man von der Demonstrationsplanung solche gewaltigen Fehler hermachen? Schade, traurig. Ja, schauen wir es uns also mal an, erst einmal hier. Also, deswegen. Eigentlich hatten wir den obersten Level erreicht. Ja, also, schauen wir, klicken wir noch mal News und Talks bei Google ein. Dann kriegen wir hier News und Talks. Dann haben wir hier an der vierten Stelle die Sendung mit dem höchsten Niveau, das je erreicht wurde, Termin 12 beim Corona-Ausschuss ab 1 Stunde 47.22. Da haben wir jetzt das höchste Niveau des Nachdenkens, das sachliche Nachdenken. Was sind die Ursachen der Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona, auf der ja alle diese Maßnahmen fußen? Schluck Wasser. Und wie können wir aus Deutschland ein total erfolgreiches, gesundes, glückliches Land für alle machen? Hier wurde es ganz klar gesagt. Und auf der Demo nichts davon, sondern genau das Gegenteil rückte in den Blick der Öffentlichkeit. Ja, das Traurige ist also, dass dieses Level hier, offensichtlich auch von den 60.000 Zuschauern, nur ganz wenige das schaffen. Also, intellektuell scheint es so zu sein, die meisten Menschen, die gegen Corona protestieren, scheinen nur ganz primitiv so, irgendwie stört uns. Aber so eine Grundüberlegung wie, hoppla, wir müssten uns doch auch mal um die Ursachen dieser Gefährlichkeitsüberschätzung kümmern und um die Lösung des Problems. Ja, das scheint hier eben nicht möglich zu sein. Also, da ist sozusagen, ja, da kann man nur entsetzt sein, sozusagen. Ja, schauen wir mal weiter. Die Kurznachrichten werden es auch noch mal verdeutlichen. Ich war gerade hier, ja. Und ja, diese Sendung, leider war auf der Demo nichts davon. Die Next Scientists for Future wurden ja auch nicht gezielt eingeladen, damit auf diesem hohen Level sozusagen die ganze Sache versachlicht werden kann. Und stattdessen sieht man dann nur Bilder vom Gegenteil, ja. Ja, so, dann schauen wir doch erst mal die Kurznachrichten und dann die Kommentare und dann die Tagesthemen und das wissenschaftliche Heute-Journal, ja. Okay, Tagesbild. Ja, so waren wirklich Bilder, also, ja, das ist, das ist jetzt kein Witz, dieses Bild, ja. Was ich da vor dem Reichstag gesehen habe, das war schon der Wahnsinn, ja. Schluck Wasser. So, dann fangen wir mal an. Tja. Kurz Nachrichten. Ja, die Demo läuft also, auch jetzt Sonntag und so weiter. Kann man mal gucken, wie dann da die Nachrichten drüber werden. Ja, wir müssen resignativ sagen, die Vernunft mit Corona-Ausschusssitzung 12, Termin 12, ab 1 Stunde 47. Stimme der Vernunft. Nichts zu sehen auf der Demo, alle Berichterstattungen überall, ja, da, das Wort kam überall immer wieder auf, auch in den Sendungen, Revolution von rechts. Also, jetzt reden nicht nur die Linken, sozusagen, von verfassungsfeindlichen und kriminellen Revolutionsideen, sondern auch die Rechten von Revolution und verfassungsfeindlichen Revolution, sogar von Waffen wurde geredet, ja, und so weiter. Also, völlige, völlige Weltfremdheit. Wir haben ja also das wunderbarste Konzept hier, auf die ganze Welt total zu sanieren und da laufen dann die Menschen niedriger Bildung und niedriger Intelligenz. Ja, wahrscheinlich können sie es einfach nicht verstehen, dass es eine Lösung gibt, aber es ist auch, bei vielen scheint es auch so ein Wille zu sein. Ich will gar nicht verstehen, dass es eine friedliche Lösung gibt, denn ich bin so voll Hass und so voll Frust. Ich will nur noch zuschlagen und am liebsten hätten sie noch die Polizisten niedergeprügelt und den Reichstag eingedrungen und die Türen gestürmt. Ja, also, Sie müssen sich mal die Bilder anschauen. Also, das war ein regelrechter Sturm, auch auf die Türen, ja. Da waren Leute zu sehen, die also versuchten, irgendwie auch noch die Polizisten anzugreifen, die sich dann mit Schlagstücken noch irgendwie halbwegs erwehren konnten. Also, die Türen wurden dann doch nicht aufgebrochen oder so, ne. Aber was ein Wahnsinn, ja. Also, ja, auf der einen Seite gibt es eine ganz klare Lösung, aber darüber will man gar nicht sprechen. Ja, ich kann es mir nur so vorstellen. Einerseits riesiger Intelligenzmangel, riesiger Bildungsmangel und auf der anderen Seite totale Frustration und totaler Hass und einfach nur draufschlagen wollen. Und das, und das, und das hätte die Demo-Leitung doch ahnen müssen und hätte alle ausladen müssen. Hätte sagen müssen, alles, was auch nur in der Nähe von links- oder rechtsextrem ist, seid herzlich ausgeladen, AfD ausgeladen, Reichsbürger, Reichsbürger ausgeladen. Ihr seid unerwünscht, total unerwünscht. Wir wollen keinen von euch hier sehen. Hat hier da Hildmann ausgeladen mit seinen Verschwörungstheorien. Der wurde dann ja verhaftet und so weiter. Ja, und das, ja. Übrigens fragt man sich auch, jetzt kommt die andere Frage, die wissenschaftlich interessante Frage ist ja dann auch wieder, warum haben eigentlich die Polizisten nicht geschossen? Ja, also wenn Leute gewaltbereit, kriminell sind, warum schießt man bei uns nicht? Warum arbeitet man mit tausenden Polizisten? Ja, und das erkläre ich euch jetzt. Ja, denn das ist ja die Logik eines kranken Systems. Ja. Wir haben es also mit freier Markt und freier Arbeitsteilung zu tun. Ja, und sozusagen hier haben wir den ersten Polizisten, der noch in der Wahrheit lebt. Das ist der erste Frühpolizist. Und der sagt natürlich, wenn die Leute sich kriminell verhalten und gegen die Verfassung verhalten und so weiter, dann schießen wir natürlich sofort, sonst brauchen wir ja tausend Leute. Wir fangen doch nicht an, uns mit den Leuten zu prügeln. Ja, wir schießen die in die Beine und ruckzuck ist Ruhe im Land. Ja, und dann weiß das jeder oder wir kündigen das vorher an, dann weiß das jeder und dann machen wir es auch und dann ist Ruhe im Land. Ja, dann ist Schluss mit lustig. Ja, mit diesen, wir müssen uns das nochmal klar machen. Nehmen wir mal an, es wären jetzt 100.000, sagen wir mal 80.000 Leute in Berlin gewesen. Ja, also es wird ja offiziell von 38.000 geredet. Übrigens wieder Zahnrädchen, schneller reden, schneller drehen, unten rechts. Ich will ja langsamer reden. Schluck Wasser. Also, stellen wir mal vor, wir hätten 80.000 Leute gehabt. 8 Millionen Menschen wären 10% der Deutschen und das wäre, was ist dann, 90% der Gesellschaft denken ganz anders und kommen nicht auf die Demo. Ja, was die 10 Millionen, was wäre eine Anmaßung, wenn die 10 Millionen behaupten würden, sie wären irgendwie ein relevanter Teil der Gesellschaft. Ja, und 800.000 wären 1%. Also, was ist mit den anderen 99%? Ja, wie können, ja, und jetzt 80.000 sind 0,1%. Also, eins von 1.000. Nur jeder Tausendste. Was ist mit den 999 anderen? Ja, aber diese Tausend von den Tausenden waren einige dabei, die sich anmaßten zu sagen, dass sie das Volk seien und die Mehrheit seien und so weiter. Und die sich anmaßten irgendwie Widerstand gegen die Polizei zu leisten und so weiter. Was für ein Wahnsinn. Wie verrückt kann die Welt nur sein? Aber wie gesagt, das ist, die freier Markt und freie Arbeitsteilung führen natürlich zu einer solchen Frustration der Menschen, dass sie wirklich dann gar nicht mehr interessiert an Lösungen und Ursachenanalysen und Lösungen sind, sondern nur noch draufhauen wollen. Und genau denen hat diese Demo schön den Raum gebeten. Und natürlich haben sich die Medien nur auf diesen Aspekt gestürzt und alles andere ignoriert. Ja, also jetzt schauen wir mal. Also wir haben diesen Frühpolizisten, der greift durch. Und jetzt kommt der erste Frühpolizist der Evolution, der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig irren muss. Und der hat so eine Mentalität wie, nein, also wenn da die Leute mit Keulen auf mich zurennen, dann muss ich mit denen raufen. Und da brauchen wir halt eine Uniform, also so eine Art Rüstung. Und dann raufen wir mit denen. Und dafür brauchen wir bitte schön tausende an Leuten. Bitte bewilligt mir neue Mitarbeiter. Dann werde ich Vorgesetzter von tausenden von Mitarbeitern und bin dann der König und bin dann sozusagen wichtig und der Leiter einer von Riesenabteilungen. Ja, nein, schießen tun wir natürlich nicht. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht. Also diese armen, rechtsextremistischen, verfassungsfeindlichen Kriminellen oder linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Kriminellen oder diese Hooligans. Ja, die können wir doch nicht mal ins Bein schießen, damit da Schluss ist mit. Dann hätten wir ja keine Rechtfertigung mehr dafür, unsere Tausenden von Polizisten zu haben. Also ich hoffe, Sie verstehen. Also es einfach sind unterschiedliche Polizeiphilosophien, die natürlich dann auch sozusagen dann von der Politik dann auch noch zementiert werden. Ja, also derjenige, der die falsche Polizeiphilosophie hat und sich irrt, der macht den größeren Erfolg, die größere Karriere, kann hier zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre der modernen Polizei, die sich nur noch mit den Leuten rauft, vielleicht mal ein bisschen Pfefferspray einsetzt. Nein, sollen Sie doch mal diesen ganzen aggressiven, kriminellen, sich verhaltenen Leuten einfach mal eine Maschinenpistolen-Salve in die Beine und dann ist ganz Ruhe. Dann benimmt sich jeder, jeder benimmt sich total auf den Demos. Und dann ist alles ruhig, dann können Sie mit drei Polizisten, mit Maschinenpistolen, können Sie jede Demo friedlich gestalten. Und dann halten sich auch, dann machen die Polizisten Ansagen, zum Beispiel, gestern war ja, meine Empfehlung war ja, drei Meter Abstand, jeder von jedem. Ja, und dann wäre das vielleicht, die Polizei hätte dazu aufgefordert und dann hätte das jeder gemacht, ja. Und also wir, 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 also überall, wir züchten uns ja regelrecht, wir lassen ja den, und das ist ja das genau das. Die Polizei hat sich evoluiert wegen der daraus, weil sich diese Irrtümer eben als Vorteil bringen für die persönlichen, für das persönliche Schicksal des einzelnen sich irrenden Polizeiobermeisters sozusagen rausgestellt haben, haben sich diese Vorteilbringenden Irrtümer ausgeweitet überall und sind zur herrschenden Polizeiphilosophie geworden. Und das bedeutet, dass die Polizisten jetzt die Prügelknaben der links- und rechtsextremistischen kriminellen Verfassungsfeinde sind, anstatt denen einfach mal in die Beine zu schießen und Ruhe ist ein für allemal. Also ich, das ist eben das, das zeigt, dass, also lieber Dr. Markus Krall, also, ja, das zeigt, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung alles zerstören. Sie machen aus der Polizei einen, einen Haufen an Weicheiern sozusagen und, und, und die, die Täter frohlocken und, und, und feiern lustige Urstände sozusagen, ja. Also, ähm, freie Arbeitsteilung und freier Markt machen alles kaputt. Also, hier in dem Falle im Justizsystem, also, wir haben ja die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die kleineren Steuerelemente, wie zum Beispiel auch die Sicherheitsstimme. Und die Sicherheitsstimme würde bedeuten, nur noch der, dass dann der Polizist, der mal klar bei Verstand ist und sagt, hart durchgreifen, der würde, würde fürstlich belohnt, weil sich dann die Bürger sicher fühlen, ja. Und, und, äh, verurteilte Straftäter, also zum Beispiel jetzt kriminelle Linksextremisten und Rechtsextremisten, äh, denen wird ja das Stimmrecht sowohl der Wohlfühlstimme als auch der, äh, der, äh, Sicherheitsstimme für die Dauer ihrer Verurteilung ja entzogen. Also, das heißt, die Masse der Menschen würde dann hohe Sicherheit, gute Sicherheitsstimmen, positive Entwicklungen haben bei den Sicherheitsstimmen und dann würden die vernünftigen Polizisten belohnt und die täterfreundlichen und verbrecherfreundlichen Polizeiphilosophien würden, würden nicht mehr belohnt. Die würden darüberrecken, würden also eher aussterben, hier dritte Generation aussterben. Und, äh, und die, äh, die bürgerfreundlichen und opferfreundlichen und sicherheitsorientierten, hart durchgreifenden Polizeiphilosophien würden sich ausbreiten. Ja, also das heißt, wir haben jetzt, wir haben eine Diagnose, wir haben die Ursachenerklärung für solche Missstände, auch jetzt bei der Demo und wir haben das Lösungsmodell. Alles ist da. Und da rennen dann lauter Leute, die, die offensichtlich nichts richtig davon wissen wollen, eher weder von der Ursachenanalyse noch von der Lösung. Die wollen nur, Teile wollen nur Krawall und dann wollen sie auch nur sagen, Ja, und was ist, wenn wir jetzt die erreichen mit der Demo, dass die Corona, äh, der ganze Lockdown beendet wird? Wann, in zwei Jahren kommt der Nächste, ne? Denn jetzt, äh, jetzt weiß doch die gesamte, äh, die gesamte Pharma- und Medizinindustrie sieht sich doch bestätigt in ihrem, ihren Vorteilbringenden Irrtümern und, äh, und, äh, alle paar Jahre kommt dann jetzt dasselbe Theater auf uns zu, weil wir die Ursache nicht angehen, ne? Weil wir alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Na, wie gesagt, das ist entsetzlich. Ja, so, dann schauen wir mal weiter. Kurz Nachrichten. So. Verrückte Wolken in den Reichstag. Drei Polizisten wehrten verzweifelt ab, bis dann die, endlich die anderen Polizisten kamen. Rechtsradikale vor Reichstag. Alles ohne Abstand. Wie gesagt, ich habe gesagt, jeder, der, ja, noch einmal, jeder, der nicht drei Meter Abstand vom Anderen hält, löst in der Masse der Bürger, die ja die Gefährlichkeitsüberschätzung glauben und wirklich glauben, dass morgen noch 900.000 Tote in Deutschland folgen könnten, ja, löst in denen Ängste aus, diese Ängste schwächen das Immunsystem dieser Menschen. Also jeder, der das macht und nicht mit drei Meter Abstand hält, der schadet anderen Menschen, ist also eigentlich ein Krimineller. Und da hätte man, die Polizei hätte knallhart durchgreifen müssen, hätte sagen müssen, ja, im Zweifelsfall sagen müssen, wenn sie nicht sofort drei Meter Abstand halten voneinander, dann schießen wir ein paar Leuten mal ins Bein, damit sie sehen, dass wir hier einen Rechtsstaat haben. Und dann hätte jeder einen Weg gefunden, ja, dann wäre halt die halbe Stadt voll gewesen mit Leuten bei drei Meter Abstand, aber das macht doch nichts, ja. Dann hätte man das von oben vielleicht gefilmt mit Hubschrauber und hätte das gesamte Stadtbild voll mit drei Meter Abstand haltenden Leuten gesehen, ja. Und diese Unvernunft, auch diese mangelnde Intelligenz, dieses mangelnde Einfühlungsvermögen, dass andere Menschen Ängste haben, ja, die haben die Ängste eben auch, wenn die Ängste auf unrealistischen Gefährlichkeitsüberschätzungen und damit vorteilbringenden Irrtümern der Pharma- und Medizinindustrie bestehen, ja. Also noch einmal ganz kurz, ja, das ist doch, habe ich schon tausendmal erklärt, hier der Früharzt, der sich nicht irrt und hier der erste Früharzt, der sich irrt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne denaturierte Nahrung essen, nichts mit naturbelassenem Lebensstil, nein, nein, in Wirklichkeit gibt es da so winzige Dinger, die man später Viren und Bakterien nennt und die sind die totalen Killer und dafür muss ich euch was verkaufen und anders geht's nicht und so weiter. Nein, ihr werdet nicht durch die Ernährung krank oder durch euren unnatürlichen Lebensstil, nein, gar nicht. Ja, und dieser, der glaubt seine Irrtümer und dadurch verkauft er unheimlich viel, während der, der in der Wahrheit lebt, wieder gar nichts verkaufen kann, ja. Und dadurch hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, er wird der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach. Und durch seinen Erfolg breitet sich sein vorteilbringender Irrtum von der übermäßigen Gefährlichkeit, von der angeblichen Killergefährlichkeit von Viren und Bakterien breitet sich massenhaft aus in der Weltbevölkerung. Aber diese Leute glauben das jetzt und ich kann doch nicht so, wie sagt man so, ohne jedes Einfühlungsempfinden Menschen Ängste machen, anderen Menschen Ängste machen und dann noch denken, ich sei ein guter Demonstrant. Nein, wir dürfen darüber sprechen, ja, dass Weißrussland und Schweden uns eigentlich deutlich zeigen, dass die Gefährlichkeit um den Faktor 20 bis 1000-fach überschätzt wurde, ja, von eben der Pharma- und Medizinindustrie ist, die voll von Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern ist. Aber ich kann doch nicht hingehen und die Regeln brechen und anderen Menschen Angst machen und sie über diese Angst schädigen, denn Angst schwächt das Immunsystem und so weiter. Schluck Wasser. Und das ist doch so schade, wo doch in dem Corona-Ausschuss Nummer 12 eben der Raum war für Problemanalyse und Lösung ab mindestens ab 1 Stunde 47 und dann muss man solch eine, ja, primitive Demo erleben. Noch nicht mal anstatt, dass die AfD ausgeladen wurde, die Reichsbürger ausgeladen wurde, die Linksextremisten ausgeladen wurden. Nichts, gar nichts davon, ja. Und ist doch klar, dass dann eben die Extremisten jede Demo in den Schmutz ziehen. Das ist doch zwangsläufig. Es hätte sein müssen, hier ist die Demo der reinen Mitte der Gesellschaft, der vernünftigen Mitte der Gesellschaft. Alle anderen sind ausgeladen. Die paar hundert Idioten, die linkskriminellen, rechtskriminellen Idioten, die dann nicht gekommen wären, ja, das hätte man auch in der Masse doch kaum gemerkt. Das waren doch auch gar nicht viele. Die machen nur die großen Bilder, ne? Ja, also das bringt alles nichts, ja. Aber, ja, letztendlich, ja, auch von der Sendung mit den 60.000 Klicks, Termin 12, offensichtlich hat das nicht ausgestrahlt und hat die Leute von ihren Irrtümern nicht abbringen können und von ihrem Hass und ihr Frust- und Hassgeschehen nicht reduzieren können. Dabei hätte man doch da Hoffnung schöpfen können. Man hätte es doch nur einfach weiter verbreiten müssen. Aber auch das bringen offensichtlich die Menschen nicht fähig fertig, ja. Gut, ja, dann wurde angesprochen nochmal in einer Sendung, ja, dass die Medien doch gar keine Medien mehr sind. Nein, das ist ja eben richtig, ja. Also es ist doch so, die Evolution läuft so, ganz kurz. Hier ist der erste Frühjournalist und der sagt, ganz egal, was die Werbekunden für Werbespots bei uns schalten, wer für Werbeannoncen schalten, ich berichte völlig unabhängig davon. Man sieht, der wird aussterben unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und hier haben wir den ersten sich irrenden Frühjournalisten und der ist einfach rein zufällig. Weil er sich irrt, ist er der gleichen Meinung wie die Werbekunden. Na und natürlich werden die Werbekunden erfreut sein, dass also im redaktionellen Teil der Journalist ins gleiche Horn stößt, wie die Annoncen der Werbekunden. Ja, die hören das natürlich gerne und schalten noch mehr. Also kriegt er noch mehr Gehalt und macht noch mehr Karriere und kann dann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahrer der heutigen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, wo natürlich jeder Journalist die gleiche Meinung hat von vornherein aus wie die großen Werbekunden von der Pharma- und Medizinindustrie. Ja, und deswegen ist ja unser Reformvorschlag so für auf die Schnelle. Verdopplung der Gebühren nur für kurze Zeit und dann wird jedem Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien ein anderer an die Seite gestellt, der von vornherein ein totaler Kritiker aller Werbekunden ist und genau die gegenteilige Meinung vertritt und natürlich vorher wird jede Form von Werbung in den öffentlich-rechtlichen Medien strengstens verboten. Und dann plötzlich werden die Medien wieder aus... da werden die Bhakti einladen, Wodak einladen, die Next Scientists for Future einladen und dann haben wir eine ausgewogene Medienlandschaft. von einem Tag, also quasi von einer Woche auf die andere. Und das wäre die kurzfristige Therapie. Denn jegliche Form der Werbung führt automatisch zu Evolutionsprozessen, dass diejenigen Journalisten, die zufällig der gleichen Meinung sind wie die Werbekunden größere Karrierechancen haben und sich ansammeln. In jedem Medium sammeln sich Journalisten und häufen sich Journalisten an, die von vornherein der gleichen Ansicht sind wie die Werbekunden. Und das ist ein Missstand ohne Ende. Also wir brauchen die öffentlich-rechtlichen Medien völlig werbefrei und dann wird jeder vernünftige Bürger jeden Tag dazu aufgefordert, alle anderen Medien zu ignorieren, die nicht werbefrei sind. Denn an sich muss das jedes Kind dann begreifen. Werbefreie Medien können nicht, niemals die Wahrheit sagen und auch niemals beide Seiten der Medaille darstellen, die andere Seite auch zu Wort kommen lassen. Das geht nicht. Ja, also. Ja, das habe ich schon gesagt. Auch die Sprechten sprechen jetzt von Revolution. Also Links- und Rechtskriminelle werden immer gleicher. Ja, Gewalt und Revolution und so weiter. Ja, letztendlich, was ich in den Sendungen gesehen habe, waren Kriminelle, die sich der Polizei widersetzen wollen. Ja, wie kann man das machen? Ja, also das ist doch unglaublich. Ja, 0,1% sind nicht das Volk. Sind nicht der Souverän. Das sind Kriminelle. Kriminelle sind nicht das Volk. Ja, nochmal ganz klar zu sagen. Viele Kriminelle lassen sich wegtragen. Manche rangeln sogar. Ja, also. Wenn die Polizei mich auffordert, den Platz zu verlassen, dann muss ich den Platz verlassen. Ja, und alles andere ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und wie gesagt, die andere Seite ist, warum schießt die Polizei nicht ein paar Leuten ins Bein und dann ist Ruhe. Es gibt ja Geschosse, die dann nicht weiterfliegen danach, sondern Stoppgeschosse und so weiter. Ja, also wie gesagt, das ist die Verrücktheit unseres Systems. Ah, so das Tagesbild muss ja wieder her. Ja, hier Krawall nix. Ja, es ist traurig, dass also sozusagen man vor dem Corona-Ausschuss vernünftig reden konnte und hier die ganzen Unvernünftigen losgelassen würden, weil die Versammlungsleitungen, die Organisatoren nicht ganz massiv, diese ganzen Links- und Rechtskriminellen nicht ganz offensiv ausgeladen haben. Ja. Und man hätte auch die AfD ausladen müssen und so weiter. Und vielleicht auch noch die Partei Die Linke hätte man ausladen müssen und so weiter. Wobei ich jetzt nichts gesehen habe, dass jetzt die Linkskriminellen da besonders viel gemacht hätten, aber ich denke, es waren überwiegend die Rechtskriminellen. Umso schlimmer. Ja. Dann sogar die Gefangenenbefreiung haben einige versucht und so weiter. Also noch krimineller geht es ja nicht. Ja. Dann sind wir mal bei was ganz... Oder ich gucke mal, ob ich noch hier was finde. Ja. Und dann nachts, Bilder nachts. Es ging ja dann die ganze Nacht weiter wohl mit der Demo und so weiter. Die Weisungen der Polizei wurden nicht befolgt. Ich gucke mal weiter die Nachrichten. Ja. Das habe ich schon gesagt. Als gäbe es nur... Lukaschenko-Kritiker... Ah ja. Das ist übrigens auch so ähnlich mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Die stellen eben nur dar, als gäbe es nur Lukaschenko-Kritiker und Gegner. Ja. Wo ist denn bitte in Weißrussland? Wo sind denn immer die Gegenseite? Nämlich, dass man mal viele der begeisterten Lukaschenko-Fans in Weißrussland interviewt. Nee. Komischerweise gibt es für die Medien im Moment nur Lukaschenko-Kritiker. Dabei sind das auch wieder wahrscheinlich nur 0,1%. Ja. Ja. Warum will man nicht wissen, was die wollen? Ja. 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 Also schon die Berichterstattung ist zutiefst antidemokratisch. Das ist eben, weil, eben wie gesagt, wir keine werbefreien öffentlich-rechtlichen Medien haben. Die von Kanzlerkandidaten Scholz, der hat auch wieder nur die gleiche Idee wie Sarah Wagenknecht. Umverteilung. Ja. Wie viele Reiche, wie viele Firmen treibt das im Lande? Wie viele Arbeitslose schafft das? Ja. Keine Ahnung. Das ist, ja. Dabei bräuchten wir eben mehr fähige Kinder, wir brauchen Erfinderkinder, wir brauchen geniale Unternehmerkinder, damit wir endlich wieder wirtschaftlich vorankommen und stattdessen Umverteilung. Noch mehr Geld an die Armen, noch mehr Kinder von den Armen, damit wir irgendwann überhaupt keine Erfindungen mehr haben in Deutschland und keine genialen Unternehmer mehr in Deutschland haben. Ja, das ist, das ist, ja, gut. Das klingt so ein bisschen schon nach Kevin Kühnert, ne? Ja. Immerhin. GMX hat Aussagen gebracht, durchaus sachliche, nachdenkliche Aussagen zu Corona von sachlichen Leuten, ne? Die Tagesschau sogar auch ansatzweise, also insofern, ein bisschen was hat die Demo insofern gebracht, dass immerhin auch mal überhaupt Sachaussagen, die also quasi die Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona in Frage stellen, immerhin auch mal ansatzweise gehört wurde. Allerdings habe ich nichts von Schweden und Weißrussland leider gehört, ja? Äh, und, äh, ja. So, jetzt wieder ein bisschen lauter, ne? Das Mikrofon rutscht heute, komisch. Ja, dann haben wir, was haben wir hier noch an Nachrichten? Und, Attila Hildmann wurde festgenommen, ja, wahrscheinlich zu Recht, ja, denn was ich von ihm gehört habe, ist, dass er total im Irrtum ist und anstatt zu sagen, hier, nein, die Leute sind voll von Vorteilbringenden Irrtümern, wir müssen das System ändern, damit diese Irrtümer verschwinden und durch Wahrheiten ersetzt werden, sagt er, nein, das sind irgendwelche Bösen, irgendwelche Teufel, Xavier Naidoo, ja, irgendwelche dunklen Mächte oder irgendwelche bösen Absichten, ja? Das ist diese, äh, unbeweislose Verdächtigung, anstatt dass Attila Hildmann Strafanzeigen stellt gegen Leute, die er meint, dass die Böses tun und Böses planen und Böses haben und so weiter. Stattdessen beschuldigt er einfach Menschen, die eventuell völlig unschuldig sind, sondern einfach nur im Irrtum sind und Schäden anrichten aus Irrtümern heraus. Wir können doch nicht hingehen und sagen, nur weil ein Professor Drosten sich total irrt und seine Irrtümer glaubt, beschimpfen wir ihn jetzt als einen Kriminellen, der uns belügen würde. Das stimmt doch einfach nicht, ja? Und Attila Hildmann unterstellt, dass also da böse Menschen wären und die böse Absichten hätten, anstatt die Wahrheit zu sehen. Die irren sich einfach nur. Und Menschen, die sich irren, tun Böses, äh, tun Schlechtes, ja? Schädliches, ja? Aber die sind nicht böse, sie sind nur im Irrtum, ja? Und wir müssen die Gesellschaft so gestalten, dass die Irrtümer sich nicht mehr massenhaft ausbreiten, sondern sich gefälligst Wahrheiten massenhaft ausbreiten. Schluck Wasser. So, ja, so, dann haben wir, was haben wir denn noch an Kurznachrichten? Ja, dann haben wir noch zu Markus Krall, das passt ja dann schon direkt auch zu den Tagesthemen, dann können wir ja auch schon mal rüberschalten. Xavier Naidoo, ich habe ja geschildert, also diese gefährlichen Irrtümer, ja? Das sind nur Menschen, die sich irren und denen unterstellen, Attila Hildmann und Xavier Naidoo unterstellen denen quasi Kriminalität. Und das ist eine beweislose Verdächtigung und ist eine strafbare Handlung im Rechtsstaat. Und insofern kann ich mir nur vorstellen, dass Attila Hildmann wieder sowas gesagt hat und die Polizei natürlich solch einen Straftäter nicht weiter gewähren lassen konnte, ne? So, ja, und die AfD, wie gesagt, habe ich ja schon oft genannt, das hätte man ausladen sollen, ja, bei der Demo. Ja, und Markus Krall, ja, der verherrlicht ja quasi diesen schrecklichen freien Markt und die freie Arbeitsteilung, ja? Und, ja, und findet ihn gut, sozusagen. Und seine Gesundheitsreformen, er hat ja, also die Next Scientists for Future haben ja die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege mit den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten, auf jeden Fall mit der Belohnung für Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung. Seine Reformen, Kralls Reformen, sozusagen, würden garantiert ganz viel Widerstand auslösen. Denn, wenn man das so macht wie Krall will, dass nämlich alle kleinen Kosten von den Patienten selber bezahlt werden müssen, dann wird es einen Riesenwiderstand und Aufschrei geben, weil die dann sagen, ja, dann werden ja viele Kranke einfach aus Geldgründen es unterlassen, zum Arzt zu gehen, sozusagen. Und dann kriegen wir zu viel Kranke im Land und so weiter. Das mag ja sein, dass das ein Irrtum ist, aber das wird kommen als Aufschrei. Also, und es bringt auch gar nichts, solch eine Auseinandersetzung vom Zaume zu brechen, wenn es doch schon längst ein Lösungsmodell gibt, ja? Die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Ja, also, ja, das heißt also das Konzept, Gesundheitsreform von Konzept von Dr. Markus Krall, sozusagen, dass die Versicherungen nur noch die Großkosten bezahlen, dadurch die Krankenversicherungsbeiträge zahlen, die Krankenversicherungsbeiträge drastisch absinken, ja? und niedriger werden und wer profitiert am Ende? Beim freien Markt können die ganzen Manipulateure, die ganzen hochintelligenten Werbefirmen, werden den dümmeren Teil der Gesellschaft sozusagen hier, den dümmeren Teil der Gesellschaft hier, und der beginnt ja schon ab hier, der dümmeren Teil, hier sind die hochintelligenten Werber und dann sozusagen die Evolution in den Medien und so weiter, die Medien zusammen mit den hochintelligenten Werbern eben manipulieren die Masse dazu, dass sie den ganzen krankmachenden Müll kauft und krank wird und chronisch krank wird und dann sollen die für ihre ständiges Kranksein dann jede einzelne Maßnahme bezahlen sozusagen, solange es nur kleine Kosten sind und wenn sie dann, wenn es dann teure Sachen nötig sind, schaltet die Krankenversicherung ein, ja? Aber letztendlich bedeutet das, dass die Intelligenten, die sich gegen diese Manipulation, gegen diese Vorteilbringenden Irrtümer geistig wehren können, die werden dann einen viel geringeren Beitrag im Gesundheitswesen insgesamt leisten und diese, die Opfer sozusagen einen viel größeren Beitrag. Also letztendlich führt das dazu, dass die Reichen und Intelligenten noch reicher werden und die weniger Intelligenten noch ärmer werden dadurch. Aber wie gesagt, das beabsichtigt, Dr. Krall garantiert nicht absichtlich. Er glaubt seine Irrtümer wirklich, ja? Aber genau dazu würde dieses Irrtumskonzept führen. Vor allem ist es völlig unsinnig, wo es doch die, schon die ideale Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientist for Future gibt. Ja, aber die ignoriert man dann. Ja, also die Tagesthemen habe ich jetzt, glaube ich, schon abgehakt damit, ja? Und solche Irrtümer sind eben gefährlich. Aber richtig gefährlich ist eben einfach, dass Dr. Markus Krall eben nicht sieht, wie gefährlich der von ihm so geschätzte freie Markt ist. Das ist der Killer von allem, ja? Das ist die Haupttodesursache der Menschheit und er findet den gut, ne? Also, ja, das ist total gefährlich, wenn sie so, solche, die Vorstellung einer bürgerlichen Revolution, da haben wir das Wort Revolution schon wieder, seine bürgerliche Revolution, wenn die um sich greifen würde, oh, dann gnade uns Gott, ne? Oder irgendwas anderes, ja? Ja, dann haben wir hier, ja, das war es mit den Tagesthemen, dann geht es rüber schnell zur, wo ist es? Wir googeln Weltrat der Weißen Forum, wir klicken drauf auf hier, auf Forum, dann kommt diese Seite, dann haben wir hier Kommentare, da klicken wir drauf und dann sind wir bei den Kommentaren, da gibt es zwei, ich bin jetzt im unteren Eintrag, neuere Texte aus Internetdiskussion, ja, da schreibt jemand zu einer Sendung, das ist genauso skandalös, wie die Akzeptanz der Mediziner, dass jährlich tausende Patienten an multiresistenten Keimen versterben. Ja, die Medizin, natürlich nimmt die das hin, ich habe früher schon mal darüber berichtet gehabt, dass natürlich kaufen die Krankenhäuser löchrige, billigere Handschuhe, denn was ist die Folge der Löchrigkeit, dass die Leute lauter Infektionen im Krankenhaus bekommen, Zusatzinfektionen, und die kann man wieder zusätzlich abrechnen und man verdient noch mehr Geld, indem man die Leute durch billige und man spart viel Geld für teure Handschuhe ohne Löcher und genauso ist es, also insofern akzeptiert einfach, die Medizinindustrie ist voll von vorteilbringenden Irrtümern, die einfach so sagen, ach ja, wir machen ja schon genug für die Hygiene und wir machen genug gegen die Krankenhauskillerkeime, das reicht schon so. Ja, und diese Irrtümer führen wieder zu Geld, ja, so läuft die Gesellschaft, ja, und so freier Markt und freie Arbeitsteilung machen es möglich, ne, ja, fürs kleine Zipperlein ist der Arzt gut, auch für Brüche und so, aber diverse nicht definierte Beschwerden kriegt man auch gut durch Diät und Hausmittel beziehungsweise Änderung der Lebensweise geregelt. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich weiß von Magenspiegelungen unter Vollnarkose oder geplanten Bluttransfusionen nach Magenbluten in Folge von Magengeschwür mit dem Risiko der Unverträglichkeit, die von Patienten verweigert wurden, indem sie einfach nach Hause gingen und klassische Formen der Behandlung vorgezogen haben und gut war es. Natürlich ist das so. Natürlich, Magenspiegelung, ja, das bringt Geld, das bringt Umsatz und natürlich sind in der Medizinindustrie lauter vorteilbringende Irrtümer verbreitet, aufgrund derer die Ärzte glauben, wirklich glauben, dass die Magenspiegelung unter Vollnarkose, Bluttransfusionen und so weiter, dass alles diese aggressiven Mittel das Mittel der Wahl seien. Natürlich. Und natürlich beweisen immer wieder Patienten, die sich dem verweigern, dass sie auch ganz anders gesund werden können. Ja, aber wie gesagt, das ist eben, die Ärzte glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer, die sie an der Universität systematisch gelehrt bekommen. Ja, Schluck Wasser. Das liegt inzwischen bald 30 Jahre zurück, ohne dass da nochmal was aufgetreten würde. Ist doch klar, ja, natürlich. Wir haben eine gemeingefährliche, von voll vorteilbringenden Irrtümern strotzende Pharma- und Medizinindustrie. Beim ernstzunehmenden Worst-Case-Szenario ist der Patient als Organspender tot mehr wert als Leben. Das ist doch ganz klar. Es haben sich garantiert auch ganz viele vorteilbringende Irrtümer angehäuft, rund um das mögliche Geschäft mit der Organspende. Ja, also das ist doch ganz klar. Das heißt, der zentralste vorteilbringende Irrtum ist der, nö, sie brauchen sich nicht, um einen natürlichen Lebensstil zu kümmern. Das macht nichts da. Das ist nicht die Krankheitsursache. Nein, nein, wir verkaufen ihnen was. Ja, das ist nun mal. Das ist unser verrücktes System des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung. Wir müssen unbedingt den freien Markt und die freie Arbeitsteilung beenden. Aber sanft und behutsam, doch nicht mit Krawall und Gewalt. Wenn das soziale Umfeld erwarten lässt, dass einer Organzunahme zugestimmt wird. Ja, natürlich, dann lockt ja das große Geld, wenn die Familie auch medizingläubig ist und irrtumsgläubig ist. Dann, ja, so viel, mehr nicht. Das war ein Kommentar und meine Antwort darauf. So viel nicht. Und jetzt wieder ein positiver Kommentar. Einer schreibt, übrigens auch wieder beim Corona-Ausschuss-Termin 12, schreibt einer, finanzielle Anreize, um Menschen die echte Gesundheit zu erhalten oder sie dorthin zurück zu begleiten, bis zum natürlichen Tod, den man dann auch akzeptiert, ohne daraus ein Riesengeschäft zu machen. Das ist ein Konzept zu einer richtig guten, natürlichen, neuen Normalität. Es gibt also die intelligenten Leute, die die Next Scientists for Future verstehen. Es gibt sie. Warum schaffen Sie, lieber Kommentator, warum finden Sie nicht den Weg zu irgendeinem Einflussreichen, zu einem Journalistenkönig, einem Politikerkönig oder einem Milliardärskönig, dass wir endlich mal den Durchbruch kriegen? Bitte tragen Sie Ihre Erkenntnis weiter. Verbreiten Sie das. Wir kümmern uns umeinander, also das ist das Zukunftsbild, wir kümmern uns umeinander und bekommen anständig Geld dafür, besonders für erfolgreiches, krankheitsverhinderndes Handeln. Momentan wird allein das Herumversuchen horrende bezahlt, nicht der wirkliche Erfolg. So ist es. Bestes Argument für diese vorgebrachten Anreize, Fehlanreize und so weiter. Und vielen Dank für die Denkanreize. Ja, gern geschehen. Bitteschön. So, jetzt haben wir das alles. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Wir machen nochmal das Tagesbild. Ja, schrecklich. Ja, das waren wirklich schreckliche Bilder für mich. Und ich bin ja aus gutem Grunde nicht dahin gefahren, weil ich schon geahnt habe, was für eine verrückte Veranstaltung das wird. Ja, der Fehler war also nochmal, alle Extremisten hätten ausgeladen gehört, drei Meter Abstand hätte zwangsläufig sein müssen. Wir bräuchten eine vernünftige Polizei, die den Leuten, die den polizeilichen Anweisungen wieder entgegenhandeln, in die Beine geschossen werden und dass wir endlich mal wieder einen richtigen Rechtsstaat kriegen und Ordnung. Was meinen Sie, wie ordentlich dann jede Demonstration abläuft? Natürlich muss das Demonstrationsrecht bestehen bleiben, aber wir müssen uns immer klar sein, das sind immer so 0,1 Prozent der Bevölkerung und die Mehrheit ist meistens genau ganz anderer Meinung. Und das muss man akzeptieren. Das ist nun mal so. Die Mehrheit denkt anders und ist in anderen Irrtümern gefallen. Ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Schaut euch an, was heute mit der Sondersdemo wird, ob die auch noch entgleist oder so. Mal schauen. Tschüssi. Tschüssi.